Moin Moin, liebe Gartenfreunde und ein frohes neues Jahr. Mein erstes Video dieses Jahr ist die Auslosung des Garten YouTuber Adventstürchens von meinem 24. Türchen, was ich gemacht habe, heute drei Gewinner zu ziehen. Deswegen, vorab möchte ich sagen, mit so einer hohen Resonanz oder hohen Beteiligung hatte ich nicht gerechnet. Ich habe mir extra die Mühe gemacht, kleine Kärtchen zu machen, wo ich jeden dann draufgeschrieben habe, mir jedes Kommentar angeguckt und ja, jetzt sind es glaube ich über 100 Kommentare. Mit so einer hohen Beteiligung, wie gesagt, habe ich nicht gerechnet. Auch die Abonnenten, also klasse. Ich bin schwer beeindruckt, dass so viele Leute meinen Kanal abonnieren und die netten Worte, die da in den Kommentaren aufgetaucht sind, echt toll, echt klasse. Das motiviert mich 2020 noch besser zu werden und noch mehr zu machen. Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank und ich möchte gerne drei Gewinner ziehen. Schauen wir mal, wer Saatgut 1 dann gewinnt. Doris Rabenstein, Rabenstein, ja. Du hast Saatgut 1. Dann kommt Saatgut 2. Irene K. Gut, du hast Saatgut 2. Saatgut 3. Saatgut 3. Gartendoku. Du hast Saatgut 3. Ja, ich suche euch jetzt unter diesen riesen Anzahl an Kommentaren, suche ich euch jetzt kurz raus, schreibe euch an, lasst mal eine E-Mail unter euren Kommentaren. Ihr antwortet oder ihr schreibt mir eine E-Mail und dann tauschen wir uns die Adressen aus. Wenn ihr ja drei zufällig Instagram habt, ist das natürlich noch einfacher, dann schreibt mich über Instagram an. Ansonsten, wenn ich von euch eine E-Mail innerhalb einer... Das Video geht jetzt online am Samstag, also ist ja für euch heute. Ich würde sagen, ich gebe euch mal so knapp zwei Wochen, wenn ihr bis Mitte Januar, so bei rum, sagen wir den 20. Januar, euch bis dahin gemeldet habt, mir eine Adresse gegeben habt. Dann schicke ich euch das zu und ja, ich sag nochmals vielen Dank für die rege Beteiligung, für die viele Beteiligung, die tollen Abos, die ihr da gelassen habt. Vielen Dank für die Leute, die sich mit YouTube nicht auskennen. Abo kostet nichts, das ist umsonst, das ist einfach so. Abonniert meinen Kanal, dann seht ihr, was 2020 hier alles bei mir passiert. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Bis dahin. Ciao. Ciao.